Immer in Private Surfen Wer mit dem Internet Explorer 8 dauerhaft im anonymen Modus surfen möchte, erstellt sich am besten eine neue Verknüpfung mit dem Parameter Private. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle Ihres Desktops und wählen Neu Verknüpfung. Tragen Sie den Speicherort des Internet Explorer in das leere Feld ein und fügen Sie dahinter Minus Private an. Der Eintrag könnte zum Beispiel wie folgt lauten. Klicken Sie auf Weiter und geben Sie der Verknüpfung einen Namen, zum Beispiel IE8 in Private. Klicken Sie auf Fertigstellen. Ab nun können Sie über diese Verknüpfung immer surfen, ohne Spuren zu hinterlassen. Klicken Sie auf Wiedersehen. Vielen Dank.